Oh, Sledder hat schon eine Spur! Uh oh! Pommy! Pommy! Pommy, bleib stehen! Entschuldige bitte, Becker. Ach, kein Problem. Was für eine Verfolgungsjagd! Pommy hat ein Mordstempo drauf. Ich muss unbedingt mit ihr ein Video drehen. Sobald sie wieder da ist, natürlich. Wenn sie jemals zurückkommt. Mein flauschiges Baby. Ein paar Cappuccino-Flecken sind doch keine große Sache. Aber sie nimmt ihr Fell eben sehr ernst. Sie ist irgendwo traurig und allein. Ich wünschte, ich könnte sie in den Arm nehmen. Nicht so schnell, Katz! Letztens Marathon Pee gegen Anfragen geschleudert. Paui, bist du das? Hat ja nicht lange gedauert, bis du wieder schmuddelig geworden bist. Du warst doch gerade erst im Salon. Es ist schon in Ordnung, wenn du traurig bist. Du hattest einen Unfall, hm? Normalerweise machen wir keine kostenlosen Behandlungen in der Frisurbranche. Aber ich mache Ausnahmen für Freunde. Wir kümmern uns jetzt um dich. Pedi! Cut! Gerade haben wir einen SOS-Auftrag bekommen.